so hallo also man sieht es hier kaum aber eigentlich aus dem nebel die woche war wettertechnisch eigentlich ganz interessant wir hatten am mittwoch donnerstag 15 grad und sonnenschein also richtig cooles bienenflugwetter ich habe die gelegenheit dann auch gleich genutzt und bin mal die bienenstände abgefahren weil ich glaube so oft wie dieses jahr war ich noch nie an den bienenständen erst wegen dem sturm jetzt habe ich gedacht die gelegenheit nutze ich einfach und schaue mir die bienenvölker man sieht ja dann am flugloch bringen sie polen wie stark fliegen ist also man hat schon rückschlüsse im prinzip auf den volkszustand und das habe ich einfach nutzen wollen war super interessant also ich muss sagen die bienenvölker denke ich mal sehen eigentlich alle durchweg ganz gut aus futtertechnisch habe ich auch ein paar stichproben gemacht also da muss ich sagen da gibt es schon ein paar ausreißer nach unten also da werde ich die nächste schönwetter periode noch mal nutzen oder die übernächste also kommt darauf an wann das ist um da ein paar waben umzuhängen aber in allem sieht es wirklich gut aus also kein grund zur beanstandung ich meine was was ein bisschen ein thema sein wird denke ich mal dieses jahr ist die warroa belastung weil ich denke die bienenvölker also ich habe nicht reingeschaut aber ich vermute dass die bienenvölker bereits relativ stark brüten als auch die warroa sich schon ganz gut vermehrt und es kommt darauf an was passiert jetzt bringen sie bei uns die nächste woche noch warm dann soll es tendenziell kälter werden aber ich habe jetzt noch nichts gesehen dass wir in so einen richtigen winter kommen mit minus fünf grad also die raben und die vögel die freuen sich auch schon alles als wirklich frühlingshaft und da müssen wir einfach schauen was das wetter macht wenn es jetzt warm bleibt und die brut wirklich durchzieht bis in den märz und dann wird es noch mal kalt dann ist es mit dem futter natürlich ein problem und wahrscheinlich auch mit der warroamilbe oder man muss sie zumindest verstärkt im blick haben dass man dann eben im sommer rechtzeitig die behandlung macht ja ansonsten gab es bei mir jetzt die woche nicht viel neues wie gesagt im januar ist echt echt ruhig die wachsumarbeitung in mittelwände das stoße ich jetzt dann an aber ja sonst mache ich ein paar kleinere private projekte und sonst gibt es eigentlich gerade wirklich an den bienen in dem gerei nichts zu tun honig habe ich abgefüllt da kann ich auch mal noch ein video davon machen wahrscheinlich eines der nächsten videos dann also bis dahin viel spaß und wenn es euch gefehlt abonniert meinen kanal gerne und fragen gerne unten in die kommentare und ich beantworte sie dann wieder tschüss bis dann